Geheimnisvolle Welt der Kriminalistik von Norbert Lindholm und Timo Grubing. Verbrecher, Ermittler und Spurensucher. In diesem Kindersachbuch wird hinter die Kulissen geschaut. Wie funktioniert eine Ermittlung? Was passiert am Tatort und wie arbeitet die Spurensicherung? Was muss ein Kommissar können? Wie werden Verdächtige beschattet und wozu braucht man Profiler? Welche Geheimnisse enthüllen Ballistika und was passiert eigentlich im Kriminaltechnischen Institut? Begleitet von detailgenauen Illustrationen von Timo Grubing erfährt man hier alles rund um die spannende Arbeit der Kripo, begibt sich auf die Spuren berühmter Täter und taucht ein in rätselhafte Fälle. Zum Schluss ist der Leser selbst gefragt und kann mithilfe einfacher Anleitungen seine eigenen Ermittlungen starten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017